Hä? Fanny? Ich habe für euch mal wieder Reichtum gefunden. Es sind aber keine Tungstenbarren mehr. Von daher viel Spaß. Okay, hier sind scheinbar noch mehrere Sachen. Ich bin gerade großartig angekündigt. Ich habe einen Tungstenbarren gefunden. Das sind jetzt diese Kristalle. Aber da ist noch einer. Aha, und hier geht es rein. Zwei Schlösser. Genug gestohlen. Ich will sich in diese Truhe nicht mit einem, sondern mit zwei Schlössern. Na, super. Das heißt, bevor ich da rankomme, da haben wir eine Rüstung, garantiere ich, muss ich erst mal zwei Schlösser finden. Also, zwei Schlüssel. Ich gucke mal erst, was wir hier haben. Ah, Kraft des Rabens. So, das wollte ich nochmal mit aufnehmen. Weil jetzt kann ich mir nämlich zum Beispiel aussuchen, ob ich jetzt eine von diesen beiden Kräften austauschen möchte. Und ich würde sagen, ja, weil wenn die das hier anbieten, dann hat das mit Sicherheit einen Grund. Das werden wir vielleicht nochmal sehen. Okay, also, Kraft des Rabens übernommen. Hier gibt es eine Rüstung und da hinten einen Tungstenbarren. Und es gibt keine zwei Schlüssel. Ist ja nicht mehr gekleckt, wie ich zum Tungsten daran komme. Okay. Also, mal wieder eine Mission, die ich aufheben muss, weil ich leider nicht weiß, wo ich dann das Ganze finden werde. Und mir ist noch nicht klar, wo ich jetzt hier, dieses Gold, wie ich dann hier nach unten komme. Na gut, also, leider diese Mission aufheben, aber wir haben ja schon ein bisschen was anbissen, gesammelt. So, okay, Eidschlüssel habe ich hier. Eine Blume. Das ist der zweite Thron-Schlüssel. Also, es sind hier überall jede Menge Leichen. Was ist denn das da vorne? Da kann ich was opfern? Brauche ich aber nicht, das ist voll. Okay. Das ist der zweite Thron-Schlüssel. Ah, da hinten ist der zweite Trunenschlüssel. Aha. Und da... Oho. Wie komme ich jetzt... Ah, jetzt weiß ich wiederum. Jetzt weiß ich wieder hochkomme. So, und dann kann ich mit Halt drehen. Hier, landen. Da soll's landen. Oh Gott. Okay, die Platin-Bahn waren jetzt nur nebensächlich. Aber irgendwie war doch jeder Schlüssel. Ah ja, da. Darum habe ich gesagt, ist das nämlich wichtig, dass wir diese Transformierung immer regelmäßig dann wechseln. Und dann wird auch mal passend zu dem, was man braucht, auch immer dieses Ruttgart, immer lustige Namen, dann auch angewendet werden. Sonst habe ich natürlich keine Energie mehr. Das macht aber nichts. Dafür kann ich jetzt hier mal mit den... Ja, ich kann mal rüberlaufen. Die Truhe öffnen. Und... Es gibt eine Feuer-Riese-Rüstung. Ja, sehr schön. Damit habe ich dann zumindest das eine Rätsel gelöst. Das mit dem Tungsten war immer nicht, aber dafür gibt's dann ein weiteres Video. Von daher sage ich, heffern! Euer Aboram ist demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao!